Liebe Bürgerinnen und Bürger, seit Tagen hat uns nun das Corona auch in unserer Samtgemeinde fest im Griff. Wir haben heute in der Zeitung und gestern bereits online eine der größten Solidaritätskampagnen aufgerufen und gesagt, auch wir mit der Verwaltung, das gesamte Team bei uns im Rathaus, wir sind für euch, wir sind für sie da. Sie können sich an uns wenden, egal ob es Hilfskredite, finanzielle Möglichkeiten oder Nachbarschaftshilfe ist. Viele machen sich jetzt auf den Weg und helfen den Schwächeren in unserer Gesellschaft, um einkaufen zu gehen oder andere Dinge zu machen. In diesem Video geht es aber um unsere Gewerbetreibenden. Ich war hier gerade in der Fußgängerzone und Sie sehen ja, es ist wirklich nichts los. Die Geschäfte sind geschlossen und die, die noch geöffnet haben, die werden jetzt nach und nach dementsprechend geschlossen. Und jetzt müssen wir Solidarität mit unserem Einzelhandel, mit unserem Gewerbe zeigen. Denn jeder einzelne von uns ist verantwortlich dafür, wie unsere Unternehmerstruktur nach dieser Krise in der Samtgemeinde aussehen wird. Von daher überlegen Sie sich bitte, muss es jetzt die Hose von Amazon sein oder andere Bestellungen? Müssen Sie das definitiv jetzt machen? Wir haben viele Betriebe, die einen Onlineshop haben, die Bestellungen anbieten oder sonstiges. Und damit wir sammeln können, welche Betriebe wann wie offen haben, ob die einen Onlineshop haben oder ob sie die Möglichkeit haben, telefonisch bei denen was zu bestellen. Das bitte ich jetzt die Betriebe, die Gewerbetreibenden unserer Samtgemeinde unter diesen Post zu schreiben. Und auch an die E-Mail-Adresse, die wir in diesem Post nochmal verlinken, unserer QT zu schreiben, damit wir eine Werbung machen können und dann auch in der Zeitung dafür werben können, welches Unternehmen es wie zu erreichen. Wer bietet noch welchen Service an? Wer bringt Essen nach Hause? Gibt es Onlineshops oder ähnliches? Des Weiteren darf ich Sie bitten, auch die Möglichkeit wahrzunehmen, Gutscheine zu kaufen in unseren Unternehmen. Damit helfen Sie unseren Unternehmen jetzt gerade in dieser Zeit. Kaufen Sie Gutscheine bei denen, die Gutscheine anbieten. Auch das bitte ich die Unternehmen hier unten hinzuschreiben oder auch an die QT zu schreiben, an die E-Mail-Adresse, die wir in unten verlinken. Wir sammeln jetzt von allen unseren Gewerbebetrieben, wer welche Dienstleistungen noch zu welcher Zeit für wen anbietet. Und das werden wir in den Zeitungen bewerben und überall. Und ich bitte Sie alle, unterstützen Sie gerade jetzt unseren Einzelhandel, unsere Gewerbetreibenden vor Ort. Wir werden uns wieder bei Ihnen melden, wenn es darum geht, wie wir das Ganze hier gemeinsam auch für unsere Gewerbetreibenden überstehen können. Vielen Dank.